Ist das jemand, der aussieht wie wir? Ist das jemand, der ist wie wir? Jemand, der im Nest sich kuschelt dicht an mich? Ist das jemand, der redet wie wir? Kann er schwimmen genauso wie wir? Ist es jemand, den ich lieb hab, so wie dich? Die Familie gibt Liebe dir und Wärme jederzeit. Die Familie, Familie, gibt dir Geborgenheit. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich weggeht, wenn er es unbedingt so will. Immerhin sind wir nicht seine richtige Familie. Er sieht nicht aus wie wir. Und er ist anders als wir. Aber trotzdem spielt er gerne so wie wir. Er läuft ganz anders als wir. Und er spricht überhaupt nicht. Aber trotzdem wünsch ich mir, er wäre hier. Er gehört zur Familie. Ist er auch noch so weit? Er gehört für alle Zeit zu uns. Für alle Ewigkeit. Jemand, den du liebst, der kann dir auch ganz schön wehtun. Mein kleines Jahr, das ist nun einmal so. Sind Familien auch verschieden, eins ist immer gleich. Über allem steht die Liebe jederzeit. Über allem steht die Liebe jederzeit. Die Familie, die Familie lässt dich niemals allein. Man wird immer Teil seiner Familie sein. Und eines weiß ich, Spike wird immer zur Familie gehören. Familie. 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 Familie.